Italien hat gewählt, doch noch immer ist unklar, wie es politisch weitergehen soll. Drei Sieger, aber keine Aussicht auf eine Koalition. Die große Frage, welche Folgen hat der Stillstand in Italien für uns alle? Hat mit Folgen gefährdet Italien den Euro? Darüber diskutiere ich heute Abend mit meinen Gästen um 22.15 Uhr in der Phoenix-Runde. Seien Sie dabei, diskutieren Sie mit auf Facebook oder per Mail.